servus leute und herzlich willkommen zu einer weiteren runde fort zum multiplayer gameplay wir sind heute in einem 4 gegen 4 unterwegs auf einer 3 gegen 3 map und jeder weiß das bedeutet koop und jeder weiß das bedeutet mal wieder maximalen schwachsinn aber zum glück ist heute sonntag und euer sonntag verdient mal wieder unterhaltung wir sind dabei mit steffen mottek mu und natürlich mit mir wenn euch dieses video gefallen sollte das gerne ein like und ein abo da solltet ihr es noch nicht getan haben es ist kostet ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr wird es mit einer menge helfen außerdem dass gerne ein follow auf twitter um nichts mehr von diesen schwachsinn zu verpassen und in dem sinne let's go meine freunde wir müssen wir müssen nur einmal eine tech bauen ja man kann die nicht mehr als einmal ich mache ich weiß aber nicht wie das geht perfekt das hat noch nie eingestört ich habe schon mal gesehen dass man irgendwo so ein balken hinlegen heute wir müssen jetzt ganz kurz sammeln ok also wir müssen jetzt minplätzen macht das nicht so lange bis jeder voll ist also hier in der mittel ist voll da unten kann noch eine oben kann auch noch eine unten können sogar noch zwei jetzt nur noch eine das geht doch so nicht das geht doch so nicht aber woran muss ich denn den fest machen auch natürlich war das damit man ja das kriege ich hin gibt ein bisschen zeit ich lasse mich aber runter irgendwann oben ok das funktioniert so schon mal nicht ich weiß ob es gut geht wenn das nicht gut geht dann haben das wieder alles zu lachen wir haben uns heute noch nicht genug gelassen david verpiss dich niemand hat die absicht eine mauer zu erwischt das ist ganz schön am federn ich bin da wirklich ehrlich war zu machen will die tag oben rein warte mal na was wirst du immer auf das herz verhindert dass ich das was du hast du nein das in genau das hat das verhindert ich glaube es der bildet die tag ich glaube dann ist dann sagt wird fest nach das ist nicht wahr damit extra so schön das ist doch nicht euer ernst offensichtlich ist er darin dabei er ist eigentlich bei uns im das team das tut mir nur leid ich bin bei euch im fliegel wie sieht das denn aus ist das diese berliner mauer das ist der eiserne vorhagen da können wir überall in die dinger rein das ist der eiserne vorhagen ich kann aber den eiserne vorhagen daraus machen aber ich glaube das hält nicht das ist ein schoss hier der eiserne Luca da kannst du überall drohnen rein platzieren haben wir das ding dafür ja ich habe schon eine fabrik geworden verkauft stahl einfach dafür wir haben keine wir haben nicht nur speicher und winde hinein ja lass mal nur batterien rein bauen wenn jetzt absägen dann gibt es einen richtigen sonic boom ja und der kern oben steht einfach ja da ist ja eh nix vor ja ihr baut den stahl noch ab das wäre die längste springleine in forts aller zeiten ich baue da mal stability tag rein weil du das hast ja gerade nicht hingekriegt ja 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 das stimmt hey feel free jungen die seite denn gehören ich damit ein bisschen druck abgelassen wird Junge was ist das für jetzt können wir den korch eigentlich nach unten zwingen wir könnten es versuchen soll ich das mal machen hey moment mal das ist ja geisteskrank wir bauen eine Bank warte mal nein ich kann meine rausschwingen in der Mitte warte mal warte 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 ich mach das schon ich mach das schon ne es geht nicht meine seile kommt nicht daran nein warte 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 wir kommen doch immer näher es muss in etwa so hängen du musst doch nur warten du musst doch nur warten so muss das in etwa hängen ich bin ja ich hab das gerade spontan mit dem geodeig so und nicht anders ja perfekt jungen warte ich will noch einmal kurz ne Waffe place und dann können wir schwingen ach wer hat denn jetzt da was geplägt oh ich hasse euch so sehr ne es ist ja noch cool da mal nach 3 minuten 44 wir müssen unsere Base intakt kriegen hier haben wir Waffen ich hab grad einen Battery Launcher geboren perfekt sehr gut er wird uns bestimmt retten ja dann lass mal schwingen oder ja das ist dein Chor deins meins ist ne bürgerliche Kategorie ne den denken wir nicht boah ich hab's hingekriegt wir haben überall Bastos gebaut die Gegner warum warum haben die das gemacht ja weil Bastos spieler hassen diesen Trick das war das wilde Sekrepple bis jetzt ja das stimmt wir werden schon einige wilde unser oh mein Gott das reißt Alter ich hab uns Junge Luca wann kommt hier mal dein Coursing vernünftig weiter weiter schwingen ja Moment der muss nach vorn der will nen Vortrag halten der Chat ist am ausrasten der Chat ist am ausrasten der ist mal aus den Fingern geflutscht ach f*** dich ja die wir brauchten noch nur einen ja der war ganz rutschig der Chor deine Mutter war rutschig wir haben ja enorm wenig Ressourcen ja weil wir nichts geupgradet haben ja aber wir haben ja unsere Base quasi geupgradet ja aber wir haben ja unsere Base geupgradet das sieht einfach aus wie die Freiheitsstatue ja Junge wenn du den Eisern vorhand baust dann hast du keine Ressourcen mehr dann musst du die UDAC das ja auch lernen was soll denn das für eine Freiheitsstatue sein wenn das aussieht wie eine Freiheitsstatue ja halt so ein bisschen oben halt die Krone wenn das aussieht wie die Freiheitsstatue dann redet der Besen Junge wir haben kein Upgrade Center aber der Besen redet ja aber wir haben auch noch einen Kern und die wissen nicht welchen das ist ein taktischer Vorteil da ist nichts vor vor dem Kern die wissen nicht worauf sie schießen müssen also ich Junge ich geh so auf die Mitte ne strebe Holz mit was denn wir haben zwei Tesla Cannons und ne Battery Launcher äh warte nein geh auf Top geh auf Top Verbindung ich komm da nicht ran ja dann bau die Türen höher womit hier so Türen wenn wenn die Top fällt fällt die untere vielleicht auch du musst sie nur im Fundament treffen wir haben ja so ein paar Türen und die Batterien äh und hier die Drohnen müssen auch direkt aufs Fundament äh von dem oberen da wir haben Drohnen? oh ja die Drohnen kann man da reinpilten die kommen gut lang gehts ach das die soll sich nicht so haben ich glaub wir werden nur eine Seite überhoben die Drohnen zuerst die Drohnen zuerst die Drohnen nein ne nicht schießen die Drohnen kommen die Drohnen wurden gecountert wir sind wirklich schlecht aufgestellt Luca hat die eigene Basis getroffen Luca du töltest uns ja der das funktioniert immer nicht mit dem Laser bin ich ehrlich sei mal nicht ehrlich aber tödt uns da wir nicht so jetzt ist ziemlich offen das verträgt sich hier mit dem nein das verträgt sich hier mit dem Stahl nicht so warte mal der Stahl ja aber wir machen einfach keinen Stahl hin jetzt kannst du da einfach durchschießen ja ja mach ich so was ist das für ne Faust? keine Ahnung lass sie hin die ist auf der Durchreise lass die Faust mal Faust sein die Drohnen die Drohnen ja aus dem Sniper raus weg vom Sniper er geht nicht vom Sniper runter doch doch wir werden jetzt geboxt die Drohnen kommen die Drohnen sind da ja oh ja oh ja naja die Faust hat da grad unsere Abgelder gefunden was soll denn das? Das kann ich wahr sein. Ich habe so viel Fächer. Was ist das für eine Scheiße. Wie kann man denn mit so einer Basis als erstes den Gegner rausnehmen. Das ist einfach. Die haben nicht mehr im ersten Hohenzahl gebaut. Jetzt haben wir auf den Stahl zu pflastern Junge. Warum pflasterst du Stahl dahin? Achso ich dachte das wäre der Eiland. Hat am Punkt. Einmal bitte kurz nix placen. Hey warte mal warum können wir die Tessakinde nicht bauen. Ach nicht die Scheiße. Dann snipe das raus. Das ist richtig weit hinten in der Base. Ja ist doch egal wir haben einen Sniper. Wir können das countern. Ich hab nicht rechtzeitig geschossen. Der hat keinen Winkel. Ist raus ist raus. Da ist noch einer. Ey ihr müsst das löschen ne. Und ihr müsst das direkt nachbauen wenn das reißt. Sonst haben wir ein Problem. Ich hab erst den Bedeutung direkt reingesucht. Ja dann safe. Ey Leute ich glaube wir können den oberen Kern auch mal schwingen. Also ich weiß ja nicht was der Chat darüber sagt. Aber ich glaube wir können das nochmal. Ich glaube der Chat ist einfach gerade völlig am ausrasten. Wie seht ihr das Chat? Können wir den nochmal schwingen? Lass mal eben kurz Windräder mit der Aktiven fertig machen. Ja dann könnt ihr. Äh Moment. Ich hab ne Idee. Das ist einfach wie. Das ist einfach wie. Das ist einfach wie mit Steinen reden. Ja dann. Die werden die ganze Zeit kaputt gemacht. Ja dann. Wir haben einen riesen Schlong. Da hat man da keine Ganna dran bauen können. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich hab keiner gebaut und die jetzt abgegrillt. Ja. Ach Junge. Das tut so weh einfach. Das ist so schön ne. Das macht richtig Spaß. Wir brauchen mehr Strom. Ich weiß nicht. Ich bin immer die ganze Zeit dabei. Mehr Strom zu bauen. Jetzt Junge. Jetzt steht wieder in der Tesla kennen. Schieß mal auf den unteren. Schieß mal auf oben. In den unteren. Ja. Ich hab keinen Strom. Weil die ganze Zeit geupgradet wird. Ja. Kehr ist doch gleich tot. Nee das ist aber wirklich. Wer ist denn da oben zuständig? Schwing den doch weg. Luca. Du spürst es doch. Ey die schießt mir mit diesem Laser. Oder? Ja der ist fertig. Nee. Ich glaub alle wollen jetzt wegen. Ey warte mal. Aktiv an. Dann können wir doch mal ein bisschen Core Protection hier rein. Oder nicht? Kennt ihr. Du wirst ihn nicht lassen. Und lass was du nicht tun kannst. Und lass was du nicht tun kannst. Ja. Die war nice. Das war viel damage. Wo ist denn die gegnerische Kanone? Oh oh. Oh Luca hast du den nicht getroffen? Nee. Schämen solltest du dich. Hat einer oben jetzt mittlerweile die. Ach da ist wirklich die Cannon. Oh der hat sich selbst getroffen. Ach was. Kann das sein dass einer von euch breiten die Sniper oder ne? Oh da kommen die Drohnen. Da kommen die Drohnen. Die sind gleich am Nachhören. Die sind gleich am Nachhören. Ja ne die sind gleich am Nachhören. Wir haben noch einen Batteriewerfer warte. Der ist aber auch rüber. Ich kann es einfach nicht begreifen dass wir auch wirklich die Chance haben das zu gewinnen. Ich glaub nicht dass wir die haben. Vielleicht nicht. Aber wo ist denn? Wir hatten noch gerade ganz viel Anti-Air. Oh ja. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Achtet. Seht ihr das? Ja. Nein das war zu niedrig. Nein. Wir waren dafür zuständig. Wir waren dafür zuständig ey. 2. Nord haben wir ja nicht aufgepasst. Also wenn zwei Fragen wir dafür zuständig waren dann muss es ja dritte gewesen sein. Wir hatten noch einen vierten. Der ist ja vorher angefangen. Das war's auch schon mit dieser Runde. Vorratsmutlich wieder Gameplay. Wenn's euch gefallen hat. Like und abonnieren nicht vergessen. Und ich würd sagen. Bleib gesund. Bleib fit. Und bis zum nächsten Mal meine Freunde.